So, ein wunderschönes Hallöchen, seid gegrüßt, herzlich willkommen. Hallihallo Hallöle, da seht ihr mal wie viel wir verdient haben. Ähm, genau, machen wir mal weiter. Ja, wir haben wieder die wissenschaftlichen Daten, mit Y schalten wir das gleich mal wieder aus. Oh, 19 Stunden war ich nicht da, wow, okay, ist Level 55, haben wir es geschafft. Äh, Y, so, weiter geht's. Genau. Ja, den hab ich hier euch letztes Mal schon in der Folge davor gezeigt, ne, glaub ich, ja. Ja, ja. Irgendwie war was. So, alles klar. Ja, dann werden wir mal weiter gucken. Na, Maus? Ist noch ein Kaffee? Scheiße. Kein Kaffee mehr? Kein Kaffee für den Affe? Willst du mal machen, oder nicht? Ne, ne? So, mal gucken, ob wir jetzt den Bot schaffen, ne? Bin ich ja mal gespannt, ich glaub er nicht. Geht mal hier, er hat ganz schön Probleme hier. Ja. Oh, da kommt der Boss. Oh, der ist aber gleich weg. Donnerwetter. Oh ja. Oh ja. Ja, alleine. Hier, hier, mein, äh, mein Skelett. Wie heißt er, äh, Jaxel, oder? Wie heißt er denn hier? Wo ist denn er, Kumpel? Ja, Lachsle. Er hat das irgendein alleine gemacht, ne? Der grüne Strahl, der kommt hier von, von dem Teufel hier hinten. Genau, das ist so die Anfangsformation, ne? Die man so haben sollte. Äh, ja, wir ziehen das jetzt noch ein bisschen durch. Was ist denn hier? Was ist das denn hier? Aha. Okay. Was ist der hier? 9,99 Euro. Nö, aber wir, wir bleiben hier, ne? Ach, guck mal, hier. Ne Silbertruhe, wollen wir die mal aufmachen? Scheiße, haben wir jetzt hier. Gut. Gold haben wir bekommen, okay. Ja, wir werden aber zusehen, das war vielleicht sogar die 60 noch bekommen. Ähm, schauen wir mal. Ja, ein paar Folgen habe ich ja hochgeladen. Könnt ihr euch ja mal anschauen halt, ne? Wer noch Fragen hat, äh, wie gesagt, lasst ruhig im Kommentar da. Ich versuch's so antworten bei den 500 Kommentaren, die ich da pro Minute bekomme. Ja, ich weiß, war ein schlechter Witz. Oder, Schnatti? Genau. So, den machen wir mal hier oben weg, ne? Oh, ich liebe das Spiel, das hat's mir richtig angetan hier, ne? Ich find das so geil. Macht einfach nur richtig Laune. Ja, jetzt ist ja erstmal viel Eideln angesagt halt, ne? Eideln, 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 Eideln. Damit wir uns auch ein bisschen was leisten können halt. Guck mal hier, den können wir... Oh, da geht aber der Schaden ziemlich hoch gleich. Meine Güte. Wow, okay. Ja, er hat den grad, glaub ich, den, äh, Yaxel, hat er grad, äh, gebufft. Pfff, pfff, pfff. Ja, du alter Hauding. Du musst das schon hier. Der haut ordentlich mit seinen Strandstockern hin, hier. Okay, wir sind ja, 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 wir sind ja. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier Gilden oder Companies oder sowas machen kann halt. Cool wär's ja, aber ich glaube, das geht hier nicht. Nein, das ist schade. Hätte man so mal Company machen können. Aber dafür geht's bei anderen Spielen. Hier kommen auch in Zukunft gute Idol Games halt. Oh, jetzt aber. Jetzt kommen sie hier. Jetzt hab ich's zu tun, die Viecher hier abzuwehren. Einer ist noch vorne. Okay, jetzt hat sich das wieder generiert. Ja, ich, das, das Problem ist, äh, ich glaube, welche waren das von beiden hier? War das der oder war das, war das die hier? Eine von beiden, glaube ich, generiert noch zusätzlich, äh, irgendwelche Monster halt, ne? So, wollen wir tatsächlich mal gucken, ob wir die 60 schaffen? Na, beim letzten Durchgang kam was ja gepackt halt. Schauen wir mal. Wenn nicht, dann setzen wir einfach wieder zurück, ne? Dafür ist es ja da. Guck mal, wir haben hier 656, ähm, Dinger. Ist doch ja nicht so verkehrt. Ja, das wird knapp. Ich weiß nicht, ob wir wirklich den Boss schaffen. Wir probieren den gleich mal. Ich will aber nochmal die Yaxel, ähm, wenn's geht, würde ich den nochmal tatsächlich ein bisschen hochbringen. Oh, das dauert wohl so lange. Ja, wir probieren den gleich einfach mal. Okay. Drückt die Daumen. Drückt die Däumchen. Da ist er. Wilfried, walk. Aber er kriegt ja ordentlich Scham, muss ich sagen. Also, wenn er hier vorne durchhält, ne? Dann, dann, dann sollte das eigentlich machbar sein. Tatsächlich. Ja, also Scham bekommt er ordentlich. Muss ich sagen. Ja. Oh, er, oh, 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 oh. Oh, dat wird knapp, du, dat wird knapp. Ja, scheiße. Jetzt, oh, jetzt hier mein, mein Haupt-Damage, äh, Dingels. Ist er weg? Scheiße. Ja, äh, somit hat sich das erledigt, weil er macht hier den meisten Schaden. Ne, ein klein Mühe fehlt noch bei ihm hier. Ein klein Mühe fehlt noch. Ne, aber sah schon mal nicht schlecht aus, ne? Ich glaube, äh, den nochmal leveln einmal. Nochmal Orte hier oben zunder geben und dann sollte das eigentlich hinhauen. Ja. Ja, ich würde aber sagen, wir wären jetzt einmal abschließend, zack. Ne, ist ja sonst Quälerei hier. Beim nächsten Mal klappt das vielleicht besser sogar. So, getötete Monster. 1690. Das ist nicht Dolgard, ne? Jaxl, der Stärkste. So, ich würde sagen, wir machen wieder freies Spiel, ne? Schwierigkeitsgrad. Hier 50. Hier 75 sogar. Ja, machen wir später, ne? Wir machen jetzt erstmal tatsächlich... Welchen... Was haben wir ja jetzt gemacht? Den wahnsinnigen Mario oder den verfluchten Bauern? Ich weiß ja auch nicht, wen wir eben gemacht haben. Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal hier Bestien... Äh, die Bestienabsichten. Dann nehmen wir Mario. Nee, ja, wir machen einen verfluchten Bauern, Dennis Jut. Wie gesagt, das ist jetzt eben, eben das schöne Eideln halt, ne? Also, finde ich geil. Jetzt geht's nämlich wieder los. Was ist denn hier? Muss ich wieder neu stellen, ja. Naja. So, den stellen wir dann mal schon in der Position hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah ja, 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 ja. Können wir hier eventuell was aufwerten? Nee, siehst du, jetzt brauchen wir ein paar Steinchen mehr halt, ne? Dann können wir aber hier zumindest schon rüber gehen. Was ist das hier? Ja, da kommen wir noch nicht hin. Das kommt, denke ich, mal alles noch. Ja, wie gesagt, dann setzen wir eben nachher, wenn wir nicht weiterkommen, wieder zurück halt, ne? Das ist kein Problem. Ich denke, das werde ich jetzt ein paar Mal machen, ne? Und wenn ich dann hier so ein bisschen die Token gesammelt habe, ne? Dann werde ich wohl zusehen halt. Guck mal hier, wir können sogar das hier machen schon. Aber das ist doch, das würde gehen. Machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir das. Jo, genau. Wir können uns erst mal, immer sachter. Schönen Herren. Ja, hier, die haben nachher auch eine Bewandtnis, denke ich mal. Da müssen mal gucken, was das tatsächlich ist. zack, weg ist das Pferd. Das Schöne ist auch beim Zurücksetzen, ähm, bei jedem Boss, glaub ich zumindest. Ich bin mir da nicht hundertprozentig, äh, sicher. Aber so wie es bis jetzt aussieht, bei jedem Boss bekommen wir hier die Steinchen. Auf jeden Fall sieht's so aus halt, ne? Bis jetzt. Zum Beispiel, der wär, der wär natürlich auch, Pixi wär auch nicht schlecht, ne? Kann man sich alles holen. Aber da muss man dann schon hier Punkte sammeln ohne Ende. Ein Skin für Minsk. Okay. Ne, Skins, Skins will ich jetzt noch nicht, ne? Aber hier so, das automatische Klicken. Das wird schon ganz cool. Klicken. seeing, ja. ใ Ja, guck mal, mit den Klick-Charmen machen wir eigentlich echt recht gut. Recht gut schauen, ne? Bin ich echt eigentlich zufrieden mit. Ich stelle mal wieder auf normale um, ne? Kann ich besser interpretieren. Ja, guck mal, mit den Klick-Charmen. Zack, seht ihr, haben wir wieder Steinchen bekommen? Wie viel haben wir denn überhaupt bekommen? Da muss ich jetzt mal gucken. Fünf, fünf Steinchen. Okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das läppert sich ja, ne? Du hast ja hier so viele Bosse dann immer. Kannst du ja da ein bisschen zusammenfahren, alles. Das ist ja nicht so das Problem. Da, 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 da. So, ein schön gemütliches Spiel, ne? Das ist geil. Das ist geil. Mit dem Klickscharm muss ich sagen, aber haut er richtig rein. Wenn ich selbst ein bisschen überrascht habe, dass es doch so gut klappt. Ich glaube, umso mehr Diener du denn nachher hast, umso mehr Klickscharm hast du, glaube ich. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und schon sind wir auf Level 16. Na, was ist da los? Der hängt jetzt. Ja, er wollte jetzt nicht. Machen wir manuell weiter. Boah, geht der Scharm gleich massiv. Hoch hier oben, ey. Wenn er den Jaxel, äh, tatsächlich leveln tust. Ja, du sollst hier weiter. Automatisch sollst du. Weiter gehen. So, ich würde sagen, wir gehen wieder hier, ne. Auf, zack. Und da geht gleich massiv. Scharen hoch. So, ich würde sagen, wir gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.